Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Final Fantasy X Part 81. Und jetzt... Ich hab übrigens etwas gelevelt. Alle haben 10, 12... Können 10 Fehler weiter, außer 2, die können 11... Übrigens, wenn ich jetzt noch einen dieser Würmer sehe... Dann krieg ich... Dann implodier ich! Ich hasse diese Würmer! Ich hasse sie so abgrundtief. Benutzen Wundersphäre... Und nochmal ein Wunder. Magie wird höher. Gut. Und nochmal zurück. Hier hin. Benutzen Wunder. Wieder MP. Zeit. Ah. Kannst du besser treffen, Tidus. Ne? Oh. Da hin. Da ist nämlich noch Angriff. Und stärker werden solltest du ja auch, Tidus. Und jetzt zu... Riku? Hier hin. Benutzen Ability. Rauben. Uh. Das ist gut. Da hin. Salzverroid. Und... Kraft. Ah. Und mir juckt es in der Nase. Das ist blöd. Ah, da... Leben höher. Jetzt hast du jetzt... Wie viel Leben hast du jetzt? Riku? Bewegen. Hier hin. Benutzen. Ability. Blitzra. Und nochmal Ability. Eistra. Und weiter. Hier hin. Benutzen. Wunder. Ah. MP wird höher. Das ist gut. Zauberabwehr wird höher. Und die Abwehrkraft. Bewegen. Was ist denn hier? Ahnen. Äh, wo geht das denn? Ah, da unten ist Bio. Heißt, da ist Gift. Und hier könnte ich noch... Weißmagie wieder hin. Aber... Nein. Sie soll Schwarzmagiermeisterin werden. Wunder. Noch mehr MP. Und Ahnen. Bewegen. Hier hin. Reflex. Kannst du besser ausweichen, Lulu. Gimari hat natürlich elf. Zwei. Benutzen. Zeit. Ah, mich juckt jetzt teuflisch. Am Fuß. Ah. Das nervt. Ah, die MP von Gimari wird höher. Und die Magie. Besser heilen, ne? Oh, da ist Reflex. Oh, da ist Reflex. Etwas, was man gut gebrauchen kann. Wenn einer Magie hier verwendet, zumindest. Bewegen. Da oben hin. Antizet. Ah, das ist auch gut. So... negiert man gegnerische, positive Effekte. Wacker ist jetzt dran. Und du kriegst Leben, Wacker. Wunder. Benutzen Kraft. Benutzen Zeit. Die Hälfte des Videos wird einfach nur mit Leveln aufbessern sein. Und schon wieder leben. Zeit. Stummschock. Uh. Anti-Magie. Hehe. Das ist gut. Benutzen Kraft. Ah, Abwehrkraft. Und da ist schon wieder Leben. Und MP kriegst du. Gut für Magie. Die du ja hast. Und jetzt Kraft. Schon wieder Leben höher. Er hat jetzt 600 Leben gekriegt. Dahin. Benutzen Kraft. Benutzen Zeit. Bewegen. Dahin. Benutzen Wunder. Magie. Ist ja MP höher. Ja, nicht bewegen. Benutzen Kraft. Schon das Leben wieder... Von ihm das Leben wieder höher. Bewegen. Dahin. Benutzen. Wunder. Nur Wunder. Wären, wenn ich gerade hier benutze. Doch. Dann habe ich jetzt nur noch 24. Nur noch 22. Bewegen. Benutzen. Level 1 Schweropass. Dahin bewegen. Und noch mehr Leben für Auron. Und das war's. Wie sieht das hier aus? Riko hat 2100 Leben. Waka hat mehr als Auron. Und das muss schon was heißen. Und weiter geht's. Ab in Richtung Norden. Na. Super ist Kampf. Was ist jetzt diesmal? Ach ja, wie er dieser... Lechheinis. Special. Das ist ein Tech. Das machen wir mal. Zwei Handgrenatten geklaut. Au. Kimari. Kimari. Waka. Attacke. Und der Rest wird Auron erledigen. Angriff. Das ist wie es ist. Sei nicht so eingebildet. Und Riko ist mal wieder ein Level höher. Zwei High Potions. Oh. Zwerobrett. Riko. Ein weiter. Oh. Du bist stärker. Kraftzwerob. Um drei. Gut. Na. Diese Kamera ist ja wirklich nicht gerade gut gerade gewesen. Und in der innenördlichen Teil sind wir jetzt. Oh. Riesen Dünen. Sind hier. Oh. Zufallsgaben ist hier auch. Und schon wir, diese Maschinen. Auch doch nicht. Das ist. Wer ist denn dran? Du. Mist. Er ist nicht tot. Au. Gemeinheit. Angriff. Au. Lulu. Auch er ist nur dran. Weißmagie. Edeka. Auren. Attacke. Wer ist davon so schlimm? Oh. Den sollte ich sofort töten. Sofort. Feurer. Und weg ist er. Daneben. Daneben. Weißmagie. Engel. Kimari. Weil der kann ja auch Engel. Ich weiß mal wie. Engel. Man merkt, dass ich ein bisschen unterlevelt bin. Daneben. Also, Rico war noch nicht dran. Er lebt immer noch. Tedus war noch nicht dran. Job. Und Waka war noch nicht dran. Aber er wird auf jeden Fall jetzt sterben. Warum wird Auren gezeigt? Auren hatten wir gar nicht getötet. Ability. Kimari. Vita. Besser. Vitra. Und Vita auf die, die ich so dring. Schauen. Und weiter geht's. Ah. Was ist denn das hier? Da kann man anscheinend noch nicht hin. Wegen diesem mit einem Sturm. Nur diesen Sturm kann man jetzt noch nicht. Beheben. Hinterhalt. Natürlich. Au. Na toll, mach alle blind. Besonders Auren. Schüpp, du Vogelvieh. Besonders du sollst sterben. Du bist das Gefährlichste. Au. Hört auf damit. Diese Teile nerven. Diese fliegt am Flatterviecher. Die nerven wirklich. Jetzt trifft. Mari. Weiß was. Dragonik. Auf dem Mittleren. Und weg ist sie. Da war er mit einem Schlag tot. Dieser Vogel war mit einem Schlag tot. Äh, ja. Und weg mit dir. Okay, dann stirb einfach mit Dragonik. Nee, das ist halt immer noch. Du bist... ...nervig. Kech. Rauben. Hehehe. So geht's auch. Mach mir nicht... Mach mich nicht nach, Riku. Von all der Weltmedizin habe ich schon unendlich. Ability. Gimari. Vita. Einmal in. Einmal in. Einmal in. Einmal in. Einmal in. Links der Weg wäre das zu den ganzen großen Gegenden. Die ganzen Schweren. Und da ist eine Kiste. Aber erst mal ein Zufallskampf. Ja, 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 ja. Angriff. 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 Baka. Angriff. Titus. Attacke. Und Lulu. Schwarzmagie. Blitzra. Don't look so shocked. Yeah. Vernichtend. Und bringen überhaupt keine Erfahrung. Jetzt will ich erstmal hier rein. In diese Ecke hier. Eine Kiste. High Potion. Noch eine Kiste. Ah, die Venus Marke. Für wen war die nochmal? Für wen war sie? Riku? Ich glaube schon. Warum haben sie ihn vorrecht? Na toll. Ich töte den lieber. Bevor er uns tötet. Let me break the ice. Winterschluss verkaufen. Nette Sprüche. Was? Du lebst noch? Nein. Angriff. Und weg bist du. Kimari. Dagonik. Und weg bist du. Mit zwei Leben hat er überlebt. So be it. Am besten hat sie überlebt. Willst du wohl treffen? Attacke. Attacke. Der ist aber ganz schön. Ich möchte ihn mal anders so treffen. Oh. Riku hat getroffen. Kinderspiel. War es auch. Stärke Mock. Und ich würde sagen. Hier beende ich den Part. Und das war Let's Play Final Fantasy 10 Part 81. Und bis zum nächsten Part.